So, nach dem Fave von gestern geht's heute wieder auf in eine Challenge. Head Trauma, jetzt nicht die beste Challenge, aber... Mal sehen, wie das wird. Wie man sieht, hab ich ganz viele kleine Tränen, die kommen von Soy Milk. Die haben unter anderem den Furchteffekt und den Betäubungseffekt, wenn ich das richtig sehe. Außerdem hab ich... Wie heißt das? Tiny Planet. Ich finde, dass die halt in einem Orbit um mich rumfliegen. Aber die machen jetzt nicht so viel Schaden. Hier wird das noch gehen durch die Menge. Aber... Damage Items wären schon ganz gut. Um diese Challenge zu schaffen. Oder sowas wie... Little Brimstone Baby Dings. Außerdem hab ich bei diesen Tränen immer keine Ahnung, wie ich die am besten treffe. Also... Alles leicht suboptimal. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaub, wir müssen nur bis zum Marmen kommen und die besiegen. Also... Das geht noch. Könnte schlimmer sein. Ach, ich wollte das andere zuerst. Dammit. Geh kaputt. Danke. Die war wichtig. Und was haben wir daneben? An. Nochmal so ein paar kleine Scheißhaufen. Äh... So. Auf zum Boss. Oh, so. Nur ein Levy. Das ist sogar sehr optimal. Wie ich finde. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht teile. In zwei Teile. Dann geht das eigentlich. Ähm... Ja... Ich stirb einfach. Äh... Oh, sogar das. Wundenspoon. Hm... Hm... Hätt mir lieber was anderes gewünscht, aber mal gut. Hier ist nichts besonderes. Kleine Scheißhaufen wieder. Also nichts besonderes. Auf Caves wird dann interessant wegen dem Damage. Obwohl hier schon interessant wird. Ja. Ey. Ihr Pisser. Das könnt ihr doch nicht machen. Oh, damit kann ich jetzt über Stacheln laufen. Das ist gut. Hä? Schieben die einfach meine Bombe weg. Ey, das ist... Nee. Finde ich nicht okay. Ach, Schlüssel brauche ich ja noch nicht mal. Weil es keinen Itemraum gibt. Ich frag mich gerade, wo... Die haben das halt so... Oh, man kriege ich endlich einen Schlüssel. Ich brauche doch einen. Und dann... Oh, scheiße. Challenge kriegt man ja keinen... Itemraum. Also in... Ich glaub... 19 von... In 20 Stück ist das so. Äh... Stirb. Und du auch. Du auch. Ich kenne jetzt eine Bombe. Hoffentlich kriege ich in meinem Raum noch eine. Ich weiß es nicht. Aber mal sehen. Oh Gott. Oh Gott. Der Raum gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ah. Wow, das war knapp. Ah. Versuchen wir ein bisschen Glücksspiel. Mal hoffen, dass wir hier Bomben bekommen. Oh. Bomben. Das war falsch. Äh. Oder so. Gib mir noch Münzen. Perfekt. Habe ich nur eine Münze gebraucht. Insgesamt, glaube ich. So. Jetzt aber. Und sogar noch den Geheimraum. Mit zwei Schlüsseln. Kann ich sogar noch im Shop vorbeischauen. Das ist doch ganz gut. Mh. Wenn der Shop was Gutes hätte. So ist es nur. Mh. Okay. Auf zum Boss. Monstro. Ich mag Monstro nicht. Vor allem mit diesen Tränen ist es ein bisschen nervig, ihn zu treffen. Äh. Könntest du mal aufhören, so komisch rumzuspringen? Das nervt. Mh. Ja, so ist doch. Mh. Es hat zwei Sekunden wieder auf dem Boden und schon springt er wieder in die Luft. Ungefähr. Man sieht, ich mache überhaupt keinen Damage. Oh Mann, oh Mann. Es wird so ewig dauern, bis ich den Down hab noch. Das Gute ist, dass man so viele Tränen hat, aber... Die bringen einem auch nichts, wenn man keinen Damage macht. Wie ich finde... Ah. Ah. Ja, ein Teufelsraum. Das nehmen wir mit. Und dann gehen wir weiter. So, das ist doch schon mal... Gut. Wegen extra Damage. Ob das Gut für mich enden würde, ist die andere Sache. Ähm. Jetzt noch den. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse Spinnen. Puh. Natürlich geht's hier nicht zum Boss. Hätte ich mir fast denken können. Und? I can't see forever. Oh. Das ist gut. Oh nee, 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 nee. Nein, nein. Ah, der Damage war sehr unnötig. Sehr, sehr unnötig sogar. Und tot. Hm. Was haben wir da? Joker, das ist schon mal gut. Oh. 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 Hm, 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 hm. Und der ist noch verlockener da. Ah, scheiße. Wie viele rote Herzen habe ich da rumliegen? Ich riskiere es. Nimm das. Und das. Und das da unten auch. Und komm nach hier oben. So. Das ist nice. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Komisch. Dass ich nicht sterben darf. Und? Das kann man leider nicht kaufen, wenn man keine leeren Herzcontainer hat. Nun gut. Tod. Tod. Schlüssel. Ja, Risiko. Ach ja, hier habe ich ja noch ein Little Broomstone. Oh, das ist ja perfekt eigentlich. Oh Gott, oh Gott. Und ihr seid auch tot. Jetzt kommen die fliegenden Köpfe. Und du auch. So. Stirb. Und du auch. Nur ein Schlüssel. Jetzt muss ich aufpassen. Und bitte rote Herzen. Na gut, das ist auch gut. In der Hoffnung, blaue Herzen zu bekommen. Oh, Lovas. Das ist schon mal gut. So. Jetzt könnte der ganze Wand schon was werden. Stirb. Stirb. So. Wenn ich jetzt noch mehr Damage machen würde, wäre das perfekt, aber gut. Und noch ein blaues Herz. Was haben wir da? Ach so, stimmt. Hier waren wir ja. Und ne, eben die tiefer. Ähm. Äh, nicht schon wieder die. Ich mag die nicht. Du auch noch. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schade, dass ich kein Damage-Item bekommen habe bis jetzt. Und noch mehr blaue Herzen. Oh, sogar ein schwarzes. Stimmt, das kann der ja auch geben. Ja, das war easy. Easy. Und I can see if I ever, das gefällt mir. Oh Gott. Die Spinnen mag ich überhaupt nicht. Und die eine noch. Ah, nur Schlüssel. Was ist denn da los? Erst kriege ich keine. Dann sage ich, ich könnte welche gebrauchen und dann brauche ich eigentlich keine und kriege ich nur noch welche. Wie sonst was. Hier. Und. Ne, die brauche ich auch nicht. Moment, was ist da daneben? Ach, ich habe keine E-K-Münze mehr. Okay. Dann weiter in die Richtung. Und nach unten. Oh Gott, oh Gott. Oh. Dass ich da ohne Schaden durchgekommen bin, erstaunt mich ein bisschen. So, die sind tot. Der ist tot. Der noch nicht ganz. Jetzt aber. Noch nicht. Und der Geimraum ist da. Ah, das ist perfekt. Jetzt haben wir alles ein, alles ein. Und hier oben nochmal. Und raus. Weil sonst spawnt er nur rote Herzen wieder. Für alle, die es nicht wissen. So. Das war ein perfekter Raum. Oh Gott. Und. Du stirb. Perfekt. Hm. Das war jetzt nicht so perfekt. Aber ich müsste wieder ein Herz bekommen. Gut. Der anderen Geimraum, dafür interessiere ich mich jetzt nicht mehr. Hm. Mein Schaden ist nur ein bisschen gering. Ein bisschen sehr gering. Aber gut. Muss ich mir klarkommen. Äh. Oh. Ach. Das war unnötig. Stirb. Doch. Endlich. Dass der auch so viel HP haben muss. Damage ab. Und HP ab. Viel mehr Damage werde ich jetzt nicht machen, aber... Gut. Schauen wir mal, was wir da haben. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Noch nicht tot. Jetzt. Sonst nicht... Eh nichts an blauen Stein, also... Alles Geld gebe ich ab dem. Oh Gott. Echt jetzt? Der müsste explodieren. Oder ein Schlüssel. Ich kann ihn jedes Mal nicht auseinanderhalten. Oh Gott. Es ist damaged. Der explodiert. Nein. Geht weg. Ich mag euch nicht. Gut. Tot. Aufpassen. Tot. Tot. Mehr sehe ich hier nicht. Also nach da. Ist das XL? Nee. Gott, so viel Scheißhaufen. Und zwei Goldene. Das ist gut. Habe ich Geld für den Bettler. Oha. Aufpassen. Die sind tot. Ach, da lebt noch ein größerer. Und ich laufe noch fast in den Rhein. Auf zum Bettler. Wo waren denn nochmal? Äh. Hier? Nein. Nein. Da. Lucky Foot. Naja. Gut. Jetzt nicht das. Nun plus Ultra. Aber gut. Ich bin mir. Nö. Mhm. Stopp. Du auch. Schlüssel. Ich kann mir das blaue Herz da oben nochmal holen. Wenn ich eh schon hier bin. Näh, näher. Ich tippe auf eher unten rechts. Mit dem Boss. Aber mal gucken. Hm. Ach, der Schlüssel ist mir jetzt egal. Und ich habe richtig gezippt. Oh Gott. Jetzt gibt er mir noch ein blaues. Zack. Nein, nicht Monstru. Oh. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der hält doch so viel aus. Ach, ich habe mich noch verwirrt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh Mann. Oh Mann. Stirb doch endlich. Warum muss der auch so viel aushalten? Uah. Und. Noch nicht tot. Jetzt aber. Ach. Jetzt habe ich den Teufelsraum bestimmt verdattelt. Ja. Egal. 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 Was haben wir hier? Ne. Das brauche ich nicht. Das würde mir den Effekt bringen, wenn Gegner... Ach, den hatte ich glaube ich sogar schon mal. In dieser einen Challenge. Gegner, die mich berührt haben... Ähm... Vorhin zu scheiße. Was war der Effekt davon? Äh... Eher das. Für eigentlich nur noch zum Boss. Der Rest ist mir egal. Tendenziell... Nein, jetzt nicht mehr. Hätte ich fast sogar noch... Boss was schaffen können. Aber nicht mit dem Damage halt. Das ist das Problem. Stöp. 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 Und. Auf geht's zum Mamen. Karte benutzen. Boah, wie wenig Damage ich mache. Das ist unglaublich. Verkacken sollte ich das aber nicht. Vor allem, ich habe ja noch das schwarze Herz. Also wenn das weg ist... Ja. Schauen wir doch einfach mal das schwarze Zerber vorbei. Okay. Und Challenge geschafft. Rune of Was freigeschaltet. Und damit geht's morgen dann wieder mit dem normalen Run weiter. Wahrscheinlich mit Ihnen. Bis dann. Ich bin dann. Keine Diana Jones.